Im wahrsten Sinne mit Herzblut bei der Sache ist die Firma Kaviomet dabei. Das Unternehmen stellt nämlich einzigartige Gefäßzugangs- und Gefäßverschlusssysteme für Katheterbasierte Eingriffe her. Im Rahmen des vierten Venture Capital Pitches in Stuttgart haben wir nun zu Gast den Geschäftsführer von Kaviomet, Herrn Prof. Dr. Albertus Scheule. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Medizintechnik und auch Ihr Feld ist natürlich sehr komplex. Wie lässt sich Ihr Startup in einfachen Worten erklären? Kaviomet ist eine Firma, die sich im Bereich der Medizintechnik mit der minimalinvasiven Kathetertechnik, das heißt Gefäßeingriffe und Herzeingriffe ohne chirurgischen Schnitt befasst. Dieser Markt wächst rasant. Kaviomet mit dem Produkt Kaviowask schafft ein Zugangssystem, damit der Katheter ins Gefäßsystem des Patienten gelangt und Kaviowask verschließt nach dem Eingriff die Punktionsstelle und dies ohne chirurgischen Schnitt. Vorteil für den Patienten, steigert den Patienten Komfort und die Sicherheit und Vorteil für den Arzt, es ist sehr, sehr anwenderfreundlich und schafft Arbeitserleichterung. Nun ist es ja so, dass man auf diese Idee in einem Blitzgedanken kommen kann oder ist es ein langwieriger Prozess? Wie war das bei Ihnen? Eindeutig langer Prozess. Ich bin Herz- und Gefäßchirurg und musste oft notfallmäßig Blutergüsse in der Leiste operieren. Der Druckverband hat nicht funktioniert. Und ein altes chirurgisches Prinzip ist, wenn man kleinere Blutungen hat, dass man den Daumen drauf hält und die körpereigene Blutgerinnung stillt die Blutung. Als junger Assistent musste ich oft hören vom Operateur Scheule Daumen drauf und im Prinzip Kaviowask hält den Daumen drauf. Es ist so, dass ein Ballon das Gerät im Subkutangewebe, also im Unterhautfettgewebe des Patienten fixiert und der zweite Ballon drückt direkt auf die Punktionsstelle und die körpereigene Gerinnung versiegelt die Punktionsstelle. Es ist sozusagen eine Weiterentwicklung des Druckverbandes. Man bringt den Druckpunkt direkt an die Punktionsstelle. Ist die Konkurrenz groß in diesem Markt oder haben Sie damit ein Alleinstellungsmerkmal gefunden? Gefäßverschlusssysteme gibt es schon seit 15 Jahren. Was all diesen Systemen gemein ist, ist, dass irgendetwas im Körper zurückbleibt. Bei Kaviowask bleibt überhaupt nichts im Körper zurück und das ist ein großer Vorteil, weil diese Bestandteile oft Komplikationen wie Infektionen bedingen. Im Vergleich zum Druckverband hat Kaviowask den Vorteil, wie ich es schon gesagt habe, dass der Druckpunkt direkt an der Punktionsstelle ist. Somit vor allem bei übergewichtigen Patienten ist das ein ganz großer Vorteil, weil auch bei übergewichtigen Patienten schafft Kaviowask den Druckpunkt nahe dem Gefäß. Wir rechnen mit viel, viel weniger Komplikationen im Vergleich zum Druckverband. Es ist ja so, dass Sie diese Idee nicht nur für hier, jetzt und heute haben oder für die nächsten ein, zwei Jahre. Sie wollen damit langfristig erfolgreich sein. Wie sieht Ihre Vision aus? Wo, glauben Sie, sind Sie in fünf oder zehn Jahren? In fünf oder zehn Jahren? Ja, wo wollen wir in fünf oder zehn Jahren sein? Es ist so, dass Kaviowask noch eine spezielle Indikation hat bei sogenannten Schlaganfällen oder wenn ein Blutgerinnsel das Bein akut verschließt. Dann werden Medikamente gegeben, die dieses Blutgerinnsel auflösen sollen. Gut ist, dass das Blutgerinnsel aufgelöst wird und dass der Fluss wieder im Kopf oder im Bein ist, der Blutfluss. Schlecht ist, dass es vermehrt zu Blutungen, vor allem an der Punktionsstelle kommt. Und in diesem Bereich hat Kaviowask durch diese Ballontechnik, durch das, dass diese Punktionsstelle versiegelt wird, durch den Ballon ein Alleinstellungsmerkmal. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, also in fünf Jahren wollen wir Marktführer im Bereich dieser Therapie sein, im Bereich der Lysetherapie. Und in fünf bis zehn Jahren wollen wir sicherlich einer der Top-Anbieter im Bereich der Gefäßzugangs- und Verschlusssysteme sein. Vor allem, weil Kaviowask auch größere Punktionsstellen verschließen kann. Nicht nur kleine, wie bei Routine-Eingriffen, sondern auch größere, wie zum Beispiel beim sehr, sehr in Mode gekommenen, Katheter-basierten Herzklappmaßersatz. Da wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Idee. Das war Prof. Dr. Albertus Scheule, der Geschäftsführer von Kaviomet. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.